Schönen guten Tag aus New York. Und ich sag euch eins, New York ist angeblich nicht mehr die Stadt, die es mal war. Nicht mehr so cool, nicht mehr so schmutzig, nicht mehr so gefährlich. Und deshalb habe ich heute die Mission bekommen, als Schlampi das Schmierhäschen verkleidet, New York wieder cooler zu machen. Ohne dabei von der Polizei erwischt zu werden. So und als erstes werde ich jetzt Angst und Schrecken im Central Park verbreiten. Böse Untertitelung des ZDF, 2020 Angeblich sind die Diebstähle in New York letztes Jahr um das ganze 70% gesunken. Das kann ja nicht so weitergehen. So, jetzt Konfrontation mit den langweiligen Säcken aus New York. Die sauberste Stadt der Welt, ich kotze! Und ein paar kleine Graffitis haben noch keiner Stadt geschadet. Wuhu!